Das ist das Münchner Oktoberfest zu seiner besten Zeit. Ende September, beim schönsten Wiesenwetter, mit der bayerischen Blasmusik und den geschmückten Wagen. Alle haben sich fesch rausgeputzt. Und der hier mit dem Zylinder und der schwarzen Weste, das ist mein Onkel, Ringo Pretorius, der Henker vom Schichtl. So, es schaut gerne für euch aus, wenn es noch liebt. Ringo! Ich habe mir gedacht, ich mache das ein, zwei Jahre und dann hat sich das erledigt in der Biografie. Hast du angefangen, da war ich fünf Jahre alt. Ja, ich siehst das. Seit 86 bin ich der Henker, 87 bin ich der Henker. Und, zwei, drei! Super! Es ist vormittags gegen 11 Uhr. Ringo und ich fahren mit dem Omnibus Richtung Theresienwiese. Vormittags ist das sein Weg hin und spät nachts mit dem gleichen Bus geht es wieder heim. 16 Tage lang. Heute ist der letzte Tag, bevor es morgen wieder losgeht. Auf das Gelände kommt man vor dem offiziellen Anstich seit ein paar Jahren nur noch mit einem Sonderausweis. In meiner Kindheit war das anders. Da konnte man sich den Aufbau die ganze Zeit über ansehen und sogar noch in den Kantinen mit den Handwerkern während des Wiesenaufbaus essen. Und ich habe das Oktoberfest schon als kleinster Bub geliebt. Sonst hätte ich in diesem Aufzug wahrscheinlich geschrien wie am Spieß. Heute ist Generalprobe beim Schichtel. Vor dem Theaterzelt der über 150 Jahre alten Oktoberfest-Attraktion ist schon alles aufgebaut. Die nächsten 16 Tage steht Ringo als Henker vom Schichtel hier im Zelt auf der Bühne hinter seiner Guillotine, der Köpfmaschine und haut feuchtfröhlichen Oktoberfest-Besuchern im Akkord die Rübe runter, damit sie sich das Bier danach direkt in den Hals reinschütten können, wie es so schön heißt. Bei 95 Prozent der Delinquenten funktioniert es reibungslos. Ich kann mich erinnern, als ich angefangen habe beim Schichtel, haben wir die alte Guillotine gehabt, die ist jetzt im Stadtmuseum. Aber das hat eigentlich einen Grund gehabt, die war einfach zu klein. Die Leute sind im Durchschnitt einfach 10 cm größer als früher. Die Guillotine war leichter, die Leute waren leichter, war alles ein bisschen kleiner. So wie es jetzt da ist, haben wir es jetzt schon auf 30 Jahre wird, die Guillotine. Die hat jetzt schon 15.000 Mal funktioniert. 15.000 Mal? Ja, ja. Kannst du dir auch sein, wenn du eine Wiesn zwischen 320, 318 Vorstellungen hast. Kann auch mal 400 sein, wenn es eine gute Wiesn mit 18 Tag ist. Ja, dann rechnet das aus in 34 oder 35 Jahren. Ringo ist eigentlich gelernter Bildhauer, hat Filme gedreht und seine Zeit immer unkonventionell als Lebenskünstler verbracht. Einem anderen hätten sie den Mordsjob beim Schichtel vermutlich gar nicht anvertraut. Irgendjemand kannte mich von einer Theateraufführung, die der gesehen hat, die wir irgendwann in Sauerlach gemacht haben. Einen Jännerwein? Einen Jännerwein, ja, ja. Ja, der soll sich melden, wenn sobald er da ist, soll er sich melden. Auf der Wiesn. Dann habe ich den Schauer angerufen, da haben einen Mann getroffen und gesagt, ich sag, das glaube, wir haben einen Schichtel gekauft. Künstler und Schichtel. So, Schichtel, darauf geht es beim Schichtel, sag ich, klar, kenne ich ihn. Ja, wie ist denn das mit dir? Würdest du auf der Wiesn arbeiten? Magst du das Wiesn? Sag ich, ja, eigentlich nicht, wenn sie seit Kindheit nicht auf die Wiesn gegangen sind, weil in den 60er, 70er Jahren war eigentlich die Wiesn out. Sag ich, ja, mein, probieren können wir es einmal. Sag ich, wer das für eine Beschäftigung ist? Ja, wir müssen alles reinwachsen. Was, das ist, da haben wir Bündel, da haben wir, es ist so und so viele Leute, die sind schon da, die lernen uns schon ein, weil die werden uns das schon zeigen, wie es geht. Also ihr habt es gedacht, ihr lernt es von der alten Crew, wie es geht? Wir lernen es von der alten Crew, wie es geht, ja. Da haben wir dann ziemlich wenig gelernt von der alten Crew, den tun haben wir gar nicht. Doch, wir haben eins gelernt, dass wir so anders machen müssen. Auf geht's, auf geht's beim Schichtel. Und so war sie geboren, die Mischung aus Schwachsinn und Zauberei. Das reinste Kaschballtheater, das schon auf der Vorbühne beginnt. Es ist sehr höflich, aber für 100 Fußgänger ist es noch wenig. Legendär ist die Show vor der Show, mit dem Gehupfe und den Sprüchen, die den Schichtel zum Oktoberfest original machen. Was ist mit dir los, da hinten, falls du nicht, oder kapierst du es nicht? Wenn du da die Hände aus der Hosentasche rausst halt zum Klatschen, dann tat das auch nicht so weh. Das ist ein komischer Wiesenhyp, der dann losging, inklusive scheußlichster Landhaus-Mode und dem ganzen Mist. Das hat es dann erstmals gegeben, während der Zeit, wenn wir da waren, komischerweise. Vorher war das ein vollkommen anderes Publikum auf der Wiese. Die Zelte sind halt immer mehr so verbarrikadierten Burgen geworden. Die Leute sind nicht mehr rausgegangen, wenn du den Platz nicht gehalten hast, dann wirst du nicht mehr reinkommen. Das heißt, es gab keine sogenannten Laufwiesen. Und das fällt dir halt dann auf, wenn du keinen mehr siehst mit einem Luftballon in der Hand oder mit geschossenen Rosen. Früher, da haben sie mich an die Trommel die Rosen hingeschmissen, die Frauen. Das ist vorbei seit Jahren. Ich kenne keine Frau mehr, die da eine Rose gibt. Da hinten liegt der Einsame rum, das war fünf Jahre alt wahrscheinlich. Früher war der Zylinder voll mit Rosen. Ja, und so steht auch die Zeit beim Schichtel nicht still, auch wenn man es sich manchmal wünschen würde. Die Zeit nagt vor allem an den Knochen. Und das merkt man vor allem beim schlechten Wetter. Es ist halt sehr schwer, von der Vorbühne aus Leute zu animieren und dann auch reinzukriegen ins Theater. Weil ich glaube, die Leute haben Angst, wenn sie beim Regen reingehen, dass wenn sie rausgehen, dass es noch mehr regnet. Das ist die Angst. Oder sie haben vielleicht Angst, dass es im Zelt auch regnet. Und jetzt wieder rein spaziert, rein spaziert. Und unser Zelt ist wasserdicht. Beim Schichtel wird so viel geschwindelt, dass man dem Schichtel nicht glaubt, dass er ein wasserdichtes Zelt hat. Warum machst du es? Ja, warum macht man es? Das ist tatsächlich so. Das ist ein Virus. Jetzt schauen wir, ob der Zylinder überhaupt passt. Schaut gut aus. Schaut gut aus, sagst du? Dreh dich einmal rum. So, dann kommen wir dann langsam in die Hosen, in die Stiefel. Dann geht's rund. Es war immer der Spruch, beim Schichtel kannst du arbeiten als Bettler und als Universitätsprofessor. Das ist vollkommen egal. Das ist wertfrei. Das ist weder Schmiere noch hohes Theater. Das ist weder Schaustellerei in dem Sinn. Das ist einfach Schichtel. Fertig. Und entweder machst du es oder machst du es nicht. Es ist ein Mythos, es ist ein Kasperltheater, es ist ein Schwachsinn, erster Güte. Aber es macht auch irrsinnig Spaß. Weil diese Ansammlung von Wahnsinnigen, die du da triffst, die in Anführungszeichen eigentlich die Normalen sind. Das bringt dich auf den Boden, das schwachsinnig. Weißt du endlich, dass du nicht spinnst. Prost. Prost.